Der Papagei, ein Vogel ist gelb und weiß getupft, er sitzt auf seinem Gummibaum, doch wenn er da so hofft, gibt es dann kaum Plan novels und leer aber auch auf der Uckmar hinzugeben und das survives. Die Affen im Bananenheim gehen ihm Ops-Salat, und wir warten mit der Kokosnuss, den die jetzt trompt und hartilosang singen sie, In Afrika, am großen Fluss, da wohnt ein Krokodil. Das Bauch zum Zähneputzen, Entschrubber mit dem Stiel und Ansinke, singe, dinge, dinge, ab und zu es dir gerne. Sonst aber why? Das Bauch zum Zähneputzen, Entschrubber mit dem Stiel und Ansinke, singe, dinge, 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 ab und zu es dir gerne. Sonst aber why? Das Bauch zum Zähneputzen. Das Bauch zum Zähneputzen. Ein alter Elefant im Zoo, der kannte dieses Lied nicht. Nein, nein. Und weil er so alleine war, ist und er ein Gedicht und das klingt wie... Das Bauch zum Zähneputzen. Das Bauch zum Zähneputzen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Der Kuckuck in der Kuckucksuhr kommt jede Stunde raus Doch wenn er keine Lust mehr hat, ja, dann bleibt er halt zu Hause Untertitelung des ZDF für funk, 2017